Hi Pyros und damit auch herzlich willkommen zu diesem neuen Testvideo hier bei Pyro Extreme Germany. Heute gibt es eine weitere Neuheit aus dem Hause Pyroland und zwar die Alpha Edison. Hier finde ich allein das Design schon so traumhaft, aber darum soll es jetzt in diesem Video nicht gehen. Bei dieser Batterie handelt es sich um eine Fächerbatterie mit insgesamt 25 Schuss im Kaliber 30 mm, verteilt auf 500 Gramm NEM. Und alle unter euch, die sich etwas genauer mit der Materie auskennen, wissen, dass hier also das absolute Maximum pro Rohr verbaut wurde, was legal in F2 in Cakes möglich ist. Die Brenndauer liegt bei 20 Sekunden und der Preis ist bei ungefähr 30 Euro angesiedelt. Der Effekt ist einfach unfassbar edel und langstehend und ich denke, ich habe den Effekt recht gut auf Video einfangen können. Und deswegen wünsche ich euch jetzt einfach nur noch ganz, ganz viel Spaß bei dem Testvideo. Und nicht vergessen Pyros, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung und einen netten Kommentar da. Alter Verwalter. Alter Verwalter. Alter Verwalter. Alter Verwalter. Alter Verwalter. Alter Verwalter. Alter Verwalter.